Hallo zusammen, Michi ist wieder heute lau- und schau ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein paar Angelsäckchen. Und da bin ich schon fleißig gewesen, hab mir jetzt hier ein Stück zusammengefarmt. Ich würde sagen, die machen wir einmal auf. Kiste Nummer 1 hat nur ein graues Item und einen Haltrang. Nummer 2 sind es noch mehr graue Items. Ein paar Schwimmer, die brauche ich leider auch nicht. Netz ist hier noch drin. Muckstück. Ich hoffe, ich kriege meinen Hut noch raus. Mittlerweile sind es jetzt schon, ich habe glaube ich schon über 60 Kisten geöffnet. Wenn wir die hier haben, dann sind es glaube ich 70 Stück sogar. Also, ja gut. Langsam könnte es echt mal droppen. Ich habe keine Lust mehr diese Angel-Dailies immer zu machen. Okay, eine Kiste ist es noch. Oh boy. Das wird schon wieder eine ganz miese Angelegenheit. Ich sehe das hier schon. 70 Kisten und einfach kein Hut. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Sobald ich wieder Glück hatte. Beziehungsweise, das heißt Glück hatte, sobald ich wieder ein paar Kisten gefarmt habe. Und hoffe, dann habe ich Glück. Dass wir dementsprechend auch mal den Hut rausziehen. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.